Ja, ich... Ja, erzähl. Also ich hatte für den nächsten Samstag mir schon was überlegt. Ja. Ich höre. Also, ähm... Ja. Ja. Mit, 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 ähm... Mit dem, mit einem... Ja, mit dem 49 Euro Ding. Aber es ist... Ich höre. Es ist... In... 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 In Hessen... Ja, wo willst du da hin? Nach Fulda? Oder... Kassel? Ja, Kassel ist... Ja, es geht das... Es geht das... Es geht das... Geht das gerade noch so... Also ist... Äh... Das musst du... Du kannst das doch in deiner DB App eingeben, ohne... Also nur nah und fern... Äh... Nur Nahverkehrszüge, ne? Ja. Das kann man ja eingeben. Ja. Und wenn du dann Hannover Kassel eingebst, oder wolltest du Hamburg Kassel? Wolltest du Hamburg nach Kassel fahren? Nein. Also du wolltest nächstes Wochenende hier, äh... Wieder nach Hannover. Komm, das zieht dich doch noch immer hier nach Hannover, was? Oder ist das, weil wir hier sind? Eigentlich hätte ich es ja so empfunden, dass du weg wolltest aus Hannover. Ja, man... Ja, man... Man kann... Man kann... Man kann.... Man... Man... Manche... Manche Sachen... Dann, äh... doch auch von hier aus natürlich schon etwas angenehmer erreicht, sag ich mal. Tja, was du vorher wusstest? Was soll ich meinen? Also ich sag mal so, dass mit dem 49 Euro Ding, ja Kassel geht von der Entfernung, ja dann auch raus. Das kann man ja mal gucken. Also wo es natürlich schon schwierig wird, das ist mit...